Hallo miteinander, heute ist sehr schönes Wetter und ich freue mich zum Basen draußen. Das ist das Weidenkäsken, was ich für das Nesk brauche. Ich liebe so kleine Blumen auf der Wiese, es ist sehr schön und das ist das Nesk, was ich gemacht habe und ich würde gerne noch eine von meiner Haustür Dekoration machen. Ich beginne die Weide zu schneiden, es sollte die gleiche Größe sein. Ich beginne die Weiden, das ist ein bisschen Schwerig für das Mitterrennest, so den wir so klein, wie immer klick werden. Ich versuche nur zu werden. Man braucht ein bisschen Kraft. Ja, es geht jetzt hell. Das ist ein bisschen Schwerig für das Mitterrennest. So. Ja. 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 Ich sollte nicht so fest sehen. Ja. Aber es geht. Vielleicht muss ich ein bisschen Binden mit Draht. Die nächste Runde mache ich größer als die erste. Dann fixiere ich es mit Draht. Ja. 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 Schau mal, das ist der Boden. Das nächste. - Sie muss größer sein aus so far. Oh. so jetzt habe ich es jetzt ich binde es wenn der boden fertig ist kann die nächste runde die gleiche große haben sie würde so aussehen dieses stück würde ich gerne einpflanzen ich versuche ob es passt ja das so wird es sein jetzt kann ich franzen so 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 yes my nest tan tan that is my noi to deco my house deco shoot why the filling come that is my filling deco I hope it has a good fun and I wish you all a good filling tschüss Bis zum nächsten Mal Bye Bye Vielen Dank.